Wir sind zurück. Heißt das jetzt Updok? 3, 2, 1, Updok? Nein, wir haben noch 5 Minuten. Jump, jump, jump. Ich gebe euch mal den Link, ihr müsst das gucken, der Film ist echt gut. Nein, wir gucken jetzt kein Porno. Das ist kein Porno. Das ist ein normaler Film. Aber es läuft noch was? X-Video oder X-Video? Ja. Kennst du die Pornografinnen? Das lief auch nur bei Arte. Den fand ich auch witzig. Aber wizigerweise waren die sogenannten Pornografinnen wirklich alle sporten hässlich. Das war echt nicht schön. Die ist nicht hässlich. Die ist ganz süß. Die ist zwar nur 15,5, aber trotzdem süß. Was? 15,5? Bist du wahnsinnig? Alter. Das steht am Anfang des Welmsch. Also dann wären sie so 16, ne? Aber davor, keine Hype. Leck, du kriegst uns alle in Teufels Küche hier. Wegen dir steht morgen bei mir die Bullen vor der Tür und wollen die einknasten. Die wollen dich hart fisten, aber von hinten. Au. Und dann, ja, und dann kommst du in den Knast und dann machen das auch noch die schweren Jungs mit dir. Übrigens, übrigens, der Link ist, habt ihr den Link gesehen im Teamspeak? Nein, ich kann nicht rausteilen. Seid ruhig mal filmgucken. Filmgucken, genau. Warte mal, kann ich das öffnen? Ich hab ihn jetzt auch in Flotte gepostet. Ja, Moment, Alter, ich kann doch nicht bei YouTube-Porno-Seiten werden. Gut, Moment. Das muss ich morgen alles auskrauen. Das ist einfach nur ein Film für Französisch. Ja, aber der Rest ist nicht Französisch. Aber gut, die machen alle Französisch. Doch, einbeutig. Scheiße, das muss ich morgen alles pixelen. Ja, hast du ein bisschen Arbeit, ne? Plack. Von irgendwie so einfach. Da dachte der hier, kommt der einfach mal so her und holt jetzt hier 100.000 Argumenten ab, ne? Natürlich, das ist ein Konzept, man. So. Ja, übrigens, mein Timer ist in 22 Sekunden um. Hä, den Film, den ich grad den Link hab, den featurest du ja wohl auch in deinem Video, oder? Was haben wir? Ja, aber ich kann nicht öffnen. CCP lasst du ihn nicht durch. Nee, aber du kannst ihn ja im externen Browser lassen. Ja, aber das kann ich nicht, weil ich kann das Bildschirm nicht wechseln. Weißt du, sprich die Aufnahme ab. Ah, okay. Warum seid ihr eigentlich vier Sekunden hinter mir mit dem Timer? Was soll denn das? Du kannst es dir in-game speichern. FC, Timer's out. Ja, wieso sind wir vier Sekunden hinter dir, du Affe? Wer zuerst angeglössst? So, ich bin fertig, ich bin ready, ready, ready. Geh gleich los, geh gleich los. Das war mein nervöser... X im Fleet, X im Fleet. Warte, 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 ich such grad hier gerade Ashoka. Ja, link mal Ashoka und im Fleet. Ich find, wenn ich jetzt hochscroll, find ich das nicht. Können wir jetzt abducken? Wolltest du den Film auch in HD? Jamila, guckst du ihn, du bist mein Held. Sonst macht mich mit dem Frachter meinetig dich doch nicht. Das geht mehr, noch ein Frachter, eben. Wollen wir beim Porno gucken, oder? Nein, das ist kein Porno. Die Vögel sind zwar ein Porno, aber das ist kein Porno. Ja, vor allem, die Aussage, das ist kein Porno. Die Vögel sind zwar ein Porno, aber das ist kein Porno. Ja, aber das ist in der Mitte des Films und das ist jetzt wirklich nicht so viel, das ist so viel. Das ist Handlung. Okay, wir sollten, okay, dann gehört also der... Warte, ich muss mir mein Schiff noch umbenennen. Und AD3 hab ich jetzt. Okay, wir können gleich weiterreden. Ich hab ein Problem, ich bin nicht in meinem Schiff drin. Was soll das? Mein Pott steht neben meinem Schiff. Jetzt geht das Schiff. Das geht nicht. Kann man jetzt aufdocken? Noch nicht. Nein. Nein. Ah, ich hab... Cool, ich kann jetzt... Will jemand meinen Pott getradet haben? Nein, das ist ein normaler Bug. Alle kennen ihn schon, außer dir, du Vollpott. Wir sehen ein Schiff. Oh, ja, ich bin jetzt in meinem... Ich weiß nicht, ich hab jetzt Doppelklick auf mein Schiff gemacht. Bin jetzt drin und neben mir ist mein Pott. Also, wir docken jetzt ab in 5, 4, 3, 2, 1. Was ist das? Hab ich da gerade einen Moment gehört? Wir docken jetzt gerade ab, ja? Ja, wir sind abgedockt. Ich... Ja, ich... Ich sehe es weltall. Und ich sehe lauter Böse um mich rum. FC, please warp. Oh, following that button in warp. Gut. Super. Ich mach nur Sward-Warps. Ich mach die ganze Zeit Sward-Warps. Aber was, Moment, ich muss mitrechnen. Cheers. Begess mich, eure Gans zu groupen. Genau. Oh ja, scheiße. Vielleicht sitzen ja alle mit angegroupten Guns und müssen 1-1-1-8. Ja, genau. Nee, das wäre dann so ein auf Pipebombing. 1, 2, 3, 2, 5. Aber bevor du wahrscheinlich die 8 erreicht hast, bist du schon tot. Boah, das ist echt ein Phänomen. Der Jäger-Weiß, das schmeckt auch immer besser. Joa, ich weiß, was ich als Phänomen total geil finde. Ich bin erst bei Glas. Ähm. 3. Jum-Jum. Jum-Jum. Was? Moin, 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 lass mal. Ich muss noch Wax essen. Jum-Jum. 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 Warum ist das eckig? Ey, guck dir mal den sein face an. Moment, ich mach's mal als Video. Naja, der hat ne Klazis, bist aber rassistisch. Ja gut, der ist echt quadratisch. Ich hab nur gesagt, das sind Russen. Ich hab nicht gesagt, dass er quadratisch ist. Das hast du gesagt. Du bist so ein Rassisten geworden hier. Achso, sorry. Was soll ich machen? Jumping. Jumping hoch. Zum Wohl, ne? Erstmal zum Wohl. Ich spreche mal hoch, ja. Zum Wohl. Hast du ein D-Scan an? D-Scan! Nein, hier ist egal, hier ist noch 09. Moment, D-Scan. Ich hab ne Asteros. Ich hab ne Tristan! Was willst du denn Tristan ganken? Ich hab schon Tristan ganken. Malediction... Ne, das ist nix. Also übrigens, du solltest den Kommentar, den ich vorhin aus meinem Handy vorgelesen hab, bitte nicht veröffentlichen. Schreib mich gleich auf Facebook. Was, du hast nen Kommentar? Ne, ich hab diesbezüglich, weil ich da nämlich in den Urlaub gehe, noch Hoffnung. Ich schreib ihm dann deine Pinnwand, okay? Jump Jump! Alter, wenn du das machst, töd ich dich. Ich verlinke das Video drunter, keine Sorge. Ich hab das vergessen. Ich werde dieses große Ding, was ich zwischen meinen Beinen habe, tief in dich versenken. Wie denn? Alter, ich muss morgen so viel auskrauen und bei dem Video da konnt's kotzen. Meinst du deine Arschhaare? Hahahaha Arschhaare? Um das Boot zu zitieren, um jetzt mal ein bisschen Filmhistorie reinzubringen, da können wir unsere Arschhaare zusammenknoten und die dann aneinanderknoten. Was? Kennt ihr das nicht? Geiler Rhyme, ey. Geiler Rhyme, Bro. Ich bin richtig falsch auf diesen. Das ist bei der Das Boot 6 Stunden Directors Cut-Ding mit drin. Das Beste aus dem Boden ist immer noch ein Lock in the Condition to pack. Ich hab vier Catalysts auf den D-Skin. Super. Was bringen die uns? Also das sind wir, du Affe. Wir sollten die Catalysts ganken. Wir sollten die Catalysts ganken. Wieso worps? Wo worpsst du hin? Warum? Komm, wir ganken nach Asteros. Ach du bist in die Mitte geworpscht von D-Skin, dann sag ich doch gleich. Ja, Future, wieso bist du nicht gefolgt? Ich bin doch hinter euch. Ich bin nur langsamer. Du Autist. Warte. Habt ihr die letzte TCP-Unfrage gemacht? Nein. Nö. Das ist total geil. Da waren total die Psychotests drin für Autisten. Nein, ohne Scheiß. Da kamen so Fragen wie, achtes, fallen dir solche Details auf wie, ähm, Nummernschilder? Ja, ja, die Frage, alle Folgen und Muster und so. Das ist, warte, warte, das ist was für die nächste Pause. Jump, Han. Ja, das musst du schon sagen, weißt du. Ja, wir sind schon gefolgt. Ja, wir sind schon gefolgt. Ja, jump, jump eigentlich. Hätte ich nicht gesehen, wie er da durchgesprungen ist, wäre ich nicht hinterher. Ist ja auch ein Lappen. Hier ist ne Orta. Oh, komm, wir ganken ne Orta. Nee, schaffen wir nicht. Du bist so dumm. Wir haben ne Ares, ne Vex, ne Prowler. Wir haben ne Neroi. Ja, das ist schwierig. Ne Sweep, Prowler? Prowler ist nicht schwierig, als ob die meisten Tanks hitten würden. Na, komm, lass uns ne Asteros ganken. Oh, das lohnt sich. Na, wohl, nee. Nee, nee, warte mal, lass uns eins weiter, dann. Oh, Machina auf dem D-Scan. Machina, Machina! Machina, wo, wo, wo? Ich hab'n Red Reaver. Ich bin leider nicht Pro genug, um das mit dem D-Scan jetzt schnell genug hinzukriegen. Ja, bis nicht nüchtern genug, seid doch ruhig. Warte, wir müssen noch, wir warten noch. Wie, was ist das vielleicht? Ich hab's dir noch vielleicht. Los, hin. Ja, wir müssen gleich noch mal weiterscannen. Da sind nämlich drei Bails. Was bist du von Nu? Was bist du von Nu? Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Wir sind drauf. Ey, da ist auch noch ne Retriever. Wer fehlt denn hier? Es hat schon wieder einer nicht mitgeworben. Future, was ist denn los mit dir? Ich bin doch dabei. Ich bin nur hinten dran. Ich bin langsam. Ich bin nicht rum können. Future. Future, du machst die Fehler. Future. Future. Boah, können wir die Ratte killen? Ich bin doch hinter dir. Was denn? Wieso, komm, wieso nimmst du das eigentlich ernst? Was ist das eigentlich los mit dir? Oh, wenn ich die Ratte kille, dann krieg ich 10.000 Skillpunkte. Das Maul. Ja komm, lass die Ratte killen, dass er die 10.000 Killpunkt. Nein, das Maul. Nein, 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 nein. Wir sind hier für wichtigere Sachen als Ratten killen. Aber echt? 10.000 Skillpunkte? Hast du denn jetzt? Die Ratte schaltet mich auch von der Tags. Halt's bloß auf. Es ist ein Plot Hammer. Ich hab ihn. Wieso bin ich? Wieso fehlen hier zwei? Ich bin nicht mitgeworfen. Ich bin nicht mitgeworfen. Was? Wo ist der? Wo ist der da drin? Der war hier. Der war da nicht. Verrat! Der ist immer noch ein Fail. Ich hab den Wort nicht mitgenommen. Keine Ahnung warum. Die stand da und war fertig. Dann wart zu mir. Auf geht's. Findet ihr nicht? Existion Pleat. Wab zu mir. Wab wab. Ja bin unterwegs. Aber ich hab natürlich die Ratte gekillt. Boah du hast 10.000 Skillpunkte gekillt. Jaaa. Ach so, ich dachte du hättest einen Warp in. OP Success. Boah direkt, direkt. Ja dann kill sie. So ist das. Weil ich scram sie. Geil, das hau ich direkt auf meinen Armageddon. Ich kann sie nicht scrammen, ist zu weit weg. Anstatt 8 Tage und 22 Stunden? Ich treff sie nicht. Alter, was du treffst die Ratte nicht? Könnt ihr die Matar... Ah, die ist tot. Wo ist jetzt die Rechock? Oh, jetzt wollte ich reloading, aber das geht ja nicht. Okay, die... Die Machina ist abgehauen. Die Machina ist weg. Na, die sind immer noch am D-Scannen. Seine ist sie nicht. Doch, bei mir ist sie auf dem D-Scannen. Ja, aber dann ist sie in der Pause, ich habe alle Bates gecheckt, die sind da drin. Ich bin zu betrunken für den Scheiß. Nein, ganz im Ernst, Leute, die aufpassen, die... Die kriegen wir nicht. Aber es passen so viele Leute nicht auf, dass es mir gar nicht egal ist. Aber ich möchte doch gar keine... Ich möchte keine Leute, die aufpassen, das ist viel zu schwer. Ja, das ist echt so. Nein, wir haben ja auch gar kein Wort in, also kriegen wir eh nicht Leute, die aufpassen. Weil, weißt du, wenn 5 Makis... Was könnten die nur vorhaben, ne? So, was machen wir jetzt? Bleiben wir jetzt hier am Gate stehen? Nein, jump! Achso, sagst du auch gleich. Achso, jetzt ist gerade schlecht mit Nachschenken, ne? Ja. Ich habe Bill issued. Erst wenn wir springen? Ja, wir haben. Achso. Boah, da ist eine Immigus. Machina auf und scan. Ui. Boah. Oh, Dominik. Noctis, Noctis und scan. Noctis, nein, Noctis bringt den, nein, dann lieber Machina. Oh, wir machen die Dominiks, die Dominiks kriegen wir auch klein. Nö, wahrscheinlich nicht. Ah, ah. Da ist ne Michhawk, Michhawk ist noch. Ne, dann lieber die Machina als ne Dominiks. Ja, Machina von mir, Michhawk, Michhawk, Michhawk. Ja, wir müssen noch die armen Minorer davon schützen, hier zu versauern. Das ist nur ein 50-50, wow, wenn das eines ist falsch. Ach, scheißegal. Och nein, nicht schon wieder, ich habe dauernd einen Ping vom Whatsapp drin. In der Aufnahme. Oh, scheißegal, scheißegal. So. So. Oh. 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 Kill him like a motherfucker. Oh, there is no thinking of me directly. Bye bye bye. Fuck. Burn. Burn. Ja, ich bin dabei. Erst schießen wenn ich sage, Overload, drei Mal. Overhidden, ganz. Ganz Overhidden. Alles Overhidden. Erst schießen wenn ich sage, ich töte euch, wenn ihr so hoch. Kann man scrammen, kann man scrammen? Ausschalten, ausschalten, ausschalten. Nein. 5, 4, 3, 2, 1, los. Jo, Hammer. Den krieg er mal. Hoffe ich doch. ja der ist weg weg warben oder nein jetzt ist schon fertig ich habe ich habe fast den pot gekriegt scheiße du sagst den pot nicht schießen wenn du unter 5 kommst dann kannst du nach hause gehen und du kommst richtig schnell unter 5 aber ich lebe doch nicht so nee das war kein satz auch da ist ein kimmel der heißt der kimmel ach nee da ist der lammel habt ihr gesehen hier fast meisten der mitschner ab es ist zum ersten zum ersten zum ersten gefunden gefunden wo bin ich wo ich bin letzter Der hat doch keine 200 DPS, FUJU hat 200 DPS, aber guck mal, was hat denn unser FC jetzt voll verkackt wieder, ne? Zurück nach Dodi! Ich kann aber, wir können eh noch nicht springen. Klar könntest du schon springen, das ist gut vereint. Deine Modder kann springen. Du hast ein paar Mal schon ausgelaufen. Ist vielleicht gar nicht gemerkt. Der Totenkopf ist nicht der Wettenthaler. Wisst du an was mich das erinnert? Es gab da mal so Zeiten, da war ich im Highfake Miner. Ich auch! Und ich hab mich tierisch aufgeregt über diese Typen, die da einfach so kamen und mich weggeschossen haben. Das war so traurig. Und dann musste ich wieder 5 Tage Minern, ohne Boost, ohne gar nichts. Aber guck mal, was der geladen hat, was der für Kristalle drin hatte. Warum looten wir eigentlich den Scheiß nicht? Weil wir einfach im Pod sitzen. Womit, weil wir im Pods sind, du Affe! Warum sind immer alle im Pods, was soll denn das? Soll ich meinen zweiten Schar einloggen, der kann nur Haul ankommen. Der sitzt in Jita. Ne, scheißegal. So, jetzt kann ich, jetzt kann ich aber, ah ne, jetzt kann ich reloaden. Was willst du mich sagen? Jetzt reloaden wir am Ende sind bei mehreren Schiff. Flup! Ich rede ja nicht vom Schiff. Achso. Ich wollte vorhin schon, nachdem ich die Ratte weggeschossen hab, wollte ich auch schon nachladen, aber es ging nicht. Das geilste ist, dass wir jedes Mal jemanden echt in den Armen versauen. Ich weiß, das letzte Mal mussten wir teilweise 10, 20 Sprünge machen, um irgendjemanden zu finden. Ja. Und wir haben nur, wir haben höchstens mal ne Retriever gefunden. Und jetzt einfach nur die dritte Makina nach und ne Hulk. Ich bin nur beim dritten Versuch überhaupt erst ans Zielsystem angekommen. Das stimmt. Also ich finde, ich finde, also einfach um das Ganze hier ein bisschen aufzupappen, sollten wir das oft. Ja, also ich schenke mir nochmal nach und dann peppe ich jetzt noch ein bisschen auf. Ich hole da auch nochmal was. Ich muss mal gucken. Alter, ich hab schon wieder ne halbe Flasche drin. Ich bin irgendwie immer noch in Emsa. Ist das normal? Ich komm grad nicht hinterher. Ich hab keine Cola mehr. Ja und, ich trink's auch pur. Das ist klar. Ich trink's auch pur. Habt immer nicht so. Aber ich habe auch guten... Was war das? Boah, Acht. Sprit? Ich glaube, ich trink grad meinen Tank unten vom Auto leer. Ich hab Jägermeister, der vor meinem Laptop-Kühler steht und es halt immer wärmer wird. Aber ich hab nur Alkohol. Es ist doch nicht unbequem, ob ich ihn auf die andere Seite zu stellen. Das mach ich nicht. Echter Nordhäuser reiche Ernte. Ich mach mal ein bisschen Werbung. Pass auf, vielleicht kannst du dann auf deinen YouTube-Kanal. Vielleicht kriegst du ja dann Geld. Von Nordhäuser. Übrigens, das ist wie Suporo. Also, echt tolles Zeug. Knall wie Sau. Und schmeckt ja auch gut. Ich schick jetzt an jeden ne Message mit Dreaded is Recruiting. Was hättest du jetzt? Was hättest du jetzt? Ja, pass auf. Er schickt jetzt an jeden, der da rum, den wir gegankt haben, ne Message. Dreaded is Recruiting. Oh scheiße, ich hab nen Fehler gemacht. Was? Ich hab keine Test-Cultures dabei gehabt. Oh, du bist so kacke. Literally Hitler. Holy shit. Das ist ja, wenn sie anfangen rumzutunen, ne? Ja, das tut mir leid. Ich war einfach, ich weiß nicht, ich war nicht bei der Sache. Ja, du wolltest nur die 20.000 ist. Wahnsinn. Nee, 13.000 ist. Ja. 13.000. Wo muss ich die Strafe zahlen? Ey, du hast dich für 13.000 gekauft? Ich hasse dich. Ja, wer hat, der kann, ne? Du, du. Nee, eigentlich, nee, nee, nee. Okay, warte mal. Muss ich jetzt schon docken? Ach nee, ich bin noch nicht in Dodi. Stopp. Nein, weiter. Ey, da ist wieder eine Rote. Meine Test-Cultures einfach nicht droppen. Echt? Meine? Doch, einmal. Sie sind einmal gedroppt. Geht auch nicht. Meine sind nicht gedroppt. Und? Nein, nein, nein. Doch, einmal. Da, und? Ja, die sind nur einmal gedroppt. Wir haben erst drei Gangs, also bitte. Echt mal. Es werden noch 20 heute Abend. Ich höre alles auf, wenn ich minus 5 bin und nicht mein Pfeiler kann. Wo bin ich? Kann mal jemand gucken, wo ich bin? Ich bin bei 4,2. Was? 4,1. Also da haben wir noch ein bisschen was vor uns, Leute. Boah, ei. Ich habe hier noch eine halbe Flasche reiche Ernte. Ich habe noch 5 Milliarden auf dem Konto. Whatever. Ich bin bei minus 1,4. Ich habe vielleicht das eigentlich ein bisschen Lowsack. Nein, nein. Der Typ sitzt in der Bastard. Oh, ich habe aber auch plus 0,0075 Prozent Plus gekriegt wegen der er hatte. Ist schön, der kriegt beim Ganken noch so Plus. Wir müssen gleich Rassen gehen. Können irgendwelche Leute fragen, ob sie uns ein Warp in ihre Mission geben können. Ja genau. Wir wollen sie danach ganken. Wir brauchen Standing. Wir brauchen Standing. Oh fuck. Ich wurde gepoddet. Und er hat noch Standing, damit wir dich dran denken. Was? Was wurdest du? Ich wurde gepoddet. Wo wurdest du gepoddet? Ja, direkt vor der Station natürlich. Das ist gar geil. Ich habe dir doch gesagt, was du tun sollst. Wo bist du jetzt? Ja, in der Station. Gut. Gut, ciao. Habe ich mit 2 Milliarden Port? Nein. Ganz normal leer. Ich bin stolz dafür. Ey, das ist aber gar nicht Testlike, ne? Also du musst jetzt echt mit 2 Milliarden Port hier abgeschossen werden. Ja, Slave Alpha habe ich schon. Schiff verlassen. Schiff verlassen. Nein, nicht Schiff verlassen. Schiff verlassen. So. Wie nennt ihr eure Schiffe? Ich habe gerade vergessen, weil ich bin nicht mehr dazugekommen. Ich habe und AD4. Warte. Ich benenne die immer nach AfD-Politiker. Das ist meine Idee. Die Trihalte oder was? Wer weiß jetzt von Beatrix von Storch? Schiff verlassen. Schiff. 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 Leute, ich muss leider jetzt schon los. Also. Was ist denn mit dir los? Ja. Was ist denn das für ein Weichei? Ja. Ey, es wird mir einfach zu teuer der Abend. Was? 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 Mach ein Ex, ich krieg dir das Geld. Ja, wenn ich mich pleite fliegen kann. Jetzt mach ein Ex im Fliege. Du bist hier. Nein, ich muss morgen weg. Ich muss morgen früh raus. Ich auch. Ich muss morgen früh raus. Um 9. Ich muss morgen auch früh raus. Um 14 um 13 muss ich bei der Arbeit werden. Bist du deshalb jetzt echt raus? Oder? Nein, ich war jetzt zu meiner Freundin und musste er übernachten. Achso. Er hat noch einen. Ah, so nennen wir das. Ja, wenn du deine Freundin willst, dann kriegst du kein Geld. Dann hast du ja Belohnung gemacht. Ja. Er muss noch ein Lochen. Das geht halt nicht. Nicht ein Locken. Ein Locken. Das ist ein Unterschied. Ich muss hier jetzt noch mal eine Pflicht verschönen und so. Eigentlich nicht. Also, die gute Nachricht ist, wir können auch mit vier Leuten noch alles denken. Ja. Ihr müsst halt erst mit mir Schaden machen. Wenn ihr mich daran erinnert, dass ich auch mal hinze, dann kriegen wir's. Wir brauchen dich nicht. Tschüss. Wir rekrutieren trotzdem, also du darfst auch hinkommen. Aber erst nachdem du eingelaufen bist, wenn du nicht einlaufen sollst. Ja, einlaufen ist Pflicht. Ich weiß nicht. Ist das jetzt überhaupt... Ne, eigentlich... Wer muss jetzt gehen? Ja, Dispex. Ich. Ey, ja, Dispex ist doch schon lange bei uns. Ja, ich bin bei euch. Der ist schon bei der HDZ. Der muss nicht... Ach so, Dispex. Also, bei dem Einlaufen schon durch. Der ist schon rum. Weil Andy dann E-Tex-Ex macht. Andy, bist du pleite? Ich bin die ganze Zeit pleite. Wie viel Geld hast du? 85 Millionen einfach. Okay, wie viel... Was für einen Chef kaufst du die ganze Zeit? Ja, ist doch verlinkt im Chef. Der HMS... Der tut die ganze Zeit die Tech 2, weil der hat... Ton-Weiß, der hat irgendwie 100.000 Milliarden Skill-Punkte. Der kann alles... Du machst die Tech 2? Dafür gebe ich dir 50 Millionen. Ja klar. Okay, warte. Geht mal nie. Ich weiß, ich will auch 50 Millionen. Irgendwann ist der Chaos verursachen, wenn hier mal nur mit Gummibär zu werfen. Ey, andere Frage. Warum bist du nicht betrunken? Ähm, ich bin das beim zweiten Blast Whisky. Äh, das ist das... Weißt du, das sind das... Das ist das Problem bei den Leuten hier. Richtig, genau. Du kannst... Weißt du, ich... Ich hab' nicht so toren Zeit. Ich schick' mir das einfach in die Binde und... Du hast Geld bekommen. Also dann. Eben, ich hab' schon die Flasche Wein und die halbe Flasche Bacardi jetzt drin. Aber ich hab' kein Cola mehr. Jetzt muss ich alles drin. Ja, eigentlich... Und du... Bro schreiben. Aber irgendwie hab' ich das W erwischt und dafür keinen Bock mehr zu lassen. Wir ganken... Und du lockst ein. Also ist er weg. Ähm... Ich hab' aber auch ne hochschwangere Frau zu Hause. Ja. Soll ich mal einen Ping am Test machen? Was willst du damit machen? Was willst du? Weiß nicht. Ich kann versuchen, in Englisch zu reden. Fünf Minuten hast du noch Zeit. Nein! Auf keinen Fall! Du hast gar nicht... Du hast die Rechner einen Test... Ähm... Ping? Nee... Test Ping zu machen? Nee, hab ich's nicht. Aber Hauptsache erst mal prallen, ne? Aber ich könnte einen Predators Ping. Ja, genau. Ping mal einen Predator. Also ich bin... Ich bin ready. Ich bin ready. Aber wir... Der... Timon muss erstmal runter. Nee, aber ich kann einen Master of Gang... Äh... Ping. Vielleicht ist da ja noch jemand. Warte. Alter. Ich will nicht ins Bett. Ich kann nicht mehr laufen. Guck mal, es gibt doch eigentlich so ein komisch... Also hier und dann muss man hier drücken. Ich weiß. Und dann hier drücken. Guck so. Mega Penis. Soviet Union of Gang. Soviet Union of Gang. Ja, ja. Boah ey, du holst jetzt hier Russen rein. Nein. Ich will nicht Englisch reden. Und schon gar nicht Russisch. Das kann ich noch weniger. Ja, nirgabajubarusski. Ey, wir haben einen, der Russisch kann. Komm, hol sie. Was? Nein. Okay, ich mach einen Ping. Ich mach einen Ping. Nein. Doch, halt's Maul. Da ist eh niemand mehr. Und falls doch... Ein so ein Englisch... Da wird maximal ein oder zwei Leute kommen. Das wäre auch lustig. Boah, na gut. Also wenn überhaupt jemand kommt. Ich glaub die Gruppe ist seit zwei Jahren tot. Hauch in Ordnung. Wieso bist du eigentlich in so einer Gruppe drin? Weil ich Bock auf Gangen hatte. Achso. Okay. Wir machen hier einfach wieder neu auf. Wir gangen einfach bis wir tot umfallen. So ein Test hat doch noch, dass wir einfach tot voll sind. So, haben wir jetzt... Ist jetzt eigentlich Dispex der gewesen, der aufnimmt? Oder haben wir das jetzt hinter uns? Nein, ich bin immer noch Aufnahme. Ich hab jetzt fast eine Stunde schon Aufnahme. Ich dachte, ich kann jetzt endlich die Sau rauslassen hier. Na lass raus. Ich muss jetzt mal suchen, wo er den speichert er nachher. Ich dachte ich könnte endlich mal Penis sagen. Das kannst du immer sagen. Ich hab jetzt sogar einen in der Chat gepostet. Ein Mega-Penis. Ohhhh. Die Spitze sieht aber krank aus. Ich kann nicht mehr helfen. Ich bin so besoffen. Ich kann nicht mehr schliessen. Ich bin so besoffen. Ich kann nicht mehr schliessen. Ich würde die ganze Zeit zweimal auf irgendwen machen. Oh, Moment. Ich hab wieder eine WhatsApp. Sapporo. 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 Please help me. FC-Scrunk. What should I do? Okay. Jetzt muss ich erstmal gucken. Vielleicht hab ich wieder so ne heiße... SET TRUNGEHART! Ich hab den Brand nachzukommen! Was hast du? Was hast du? Moment. Hä? Zum Wohl Jungs, zum Wohl. Immer nachschütten. Immer nachschütten. Ich blick grad nicht mehr. Weil ich... Ich muss mal seit zwei Wochen das erste Mal Pigeon anmachen. Wo ist Club? Nee, Pigeon. Oh mein Gott. Das ist so geil. Das macht so Spaß. Das können wir jeden Tag machen. Ich betrigg mich jeden Tag. Ich betrigg mich aber jetzt jeden Tag. Das ist gut. Ich habe jetzt zurückgeschrieben. Oh, die Spannung. Oh Gott, das fällt mir noch auf die Füße. Na, whatever. Die kennt mich zum Glück. Ganking Time. Format Under Leporten. Dedox... Was? Die Buchsen? Die sollst du anlassen. Dedoxi. Nee, das heißt Dodixi. Oh, du hast Test Gare angeklinkt. Mann, bist du cool. Hab ich nicht! Doch, du hast Test... Leporten 2 Test Gare. Du hast die falsche Kopf an. Nee, hab ich nicht. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Das ist schon Stunden her, du Lappen. Nur weil du zu doof bist zum Lesen. Hä? Ey, wir haben nicht mal elf Leute. Wir haben nicht mal elf und sind schon wieder Knülle. Besonders die Betonung liegt auf schon wieder. Ja, wie eben. Ich bin froh, dass ich zu euch gekommen bin. Also ich bin echt glücklich. Also alle Leute, die das Video jetzt angucken, geht so HDZ. Die sind immer voll. Meistens. 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 Viel zu selten eigentlich. Viel zu selten. Ey, das stimmt. Die ist viel zu selten besaffen. Aber die... Check, check, check. Der Pfeimer ist fast weg, ne? Oh, oh, da hat einer... Da ist einer nüchtern. Was ist das? Das hat sich... Das hätte man jetzt verpennt. Ja, stimmt. Du bist eindeutig zu nüchtern, wenn dir sowas noch auffällt. Ähm, wer ist denn der Cf? 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 Wer ist der Cf? Ali, shit. Ready. Wir haben noch 10 Sekunden. Timer, bitte. Ansagen. What chips are you in? Hä? Er soll ansagen. Äh, okay. Ich will jetzt erstmal noch weiter trinken, weil... Ja, zum Wohl, ne? Zum Wohl. Chill. Aber alle. Too small for me. Pussy. Dein Penis ist auch zu small for me. Können wir abdocken? Cf? Haben wir ne Loki... Ja, er will ja auch ne Loki ganken, ne? Wie man das halt so macht. Willen. Ey, das ist mein Spruch. Ich möchte jetzt 10 Euro dafür haben, dass du nicht einfach so kopierst. Können wir jetzt docken? Ne abdocken. Ja, aber das Cf ist nicht da. Oder stehst du schon vor der Station? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Hammer, 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 Hammer. Okay. Abdocken in 5, 4, 3, 2, 1. Jawoll! Mann! Scheiße! Ich hab Enter Captain Squatters! Fuck! Ja! 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 Ich hab' im Chat! Wusstet ihr überhaupt, dass man das Enter Captain Squatters abbrechen kann, genau wie den anderen? Nö. Voll cool. Ich krieg' Group all weapons. Ich krieg' so einen Harten, wenn ich euch seh. Wir werden aber irgendwie immer wenige, wir haben einen vergessen. Ja, irgend. Nehm' es in vier. Na, der ist schon raus, du Appe. Ah. Okay. Oh, ich muss für Gruppen coopen eure Waffen. Please stop oppressing my ... Heritage! Every ball night is a blessing. Wo denn? Wo denn? Im Allianz-Chat, ich mag Tests. Tests ist geil. D-Dosing not me, das ist auch ein geiler. Oh, eine Magnat am Gate, es wurde eine Magnat. Sam, 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 Sam! Ich hab' nicht mal eine Destination, wo muss ich hin? Da hab' ich bobb' euch schon, ja. drauf was gelbe ist was ich drücken kann ich kann es noch nicht arbeiten ich kann so nicht arbeiten hinter uns ist eine Corvetor, die kommt jetzt zum Skate Echt? Am Gate kannst du nicht ganken, das tut's nicht Ja, dann hätte ich gleich mal ein Sentry Nein, wegen einer Corvetor, nein, dann lieber was Tech 2 ist Mit Tech 2 ist Du bist so besoffen Moment, wir haben einen vergessen, wir sind nur zu dritt Oder zähl ich nicht? Ja, doch, wir sind zu viel, stimmt, ich zähl ja nicht Ich hab diese Woche so viel gearbeitet, so viel rekrutiert, ich darf besoffen sein Ohne mich hättest du überhaupt keine Leute, mit denen du jetzt hier ganken könntest Das stimmt, du Master Recruiter Ey, du hast so einen Lümmel Stimmt, du hast echt die Hälfte dieser Blöcke rekrutiert Stimmt, die Hälfte ist die Hälfte rekrutiert Pia, du hast so einen Lümmel Irgendwie auf Spanisch und Doppelpenetration Aber ich hab dich rekrutiert, damit ist das alles mein verdient Fick dich, ich hab mich selbst rekrutiert Halt die Fresse, ich hab dich rekrutiert Test a geilo Es marica es passiva Yo soy posivo por su peso Mein Deutsch ist nicht sehr gut Der Doppelpenetration Oh, geil Mein Deutsch ist nicht sehr bueno Ja, immer Die sind so fertig alle Mein Deutsch ist nicht so fern noch Everdouble Verschöne die Welt mit Worten wie Penis Man kann auch mal ein Glied einwerfen Können wir einfach auf der Allianz geschmissen werden, wenn wir einfach dümm sind Äh, hä? Ich versteh mich nicht Sehr unwahrscheinlich Sehr unwahrscheinlich bei Test Okay, gut RETREAVER RETREAVER BERSCHÖMER Was BERSCHÖMER Die Welt mit Worten wie Penis Wie willst du bitte.. BERSCHÖMER Was ist der denn PENITS? Achso, scheiße So Faaatt Moment, Moment Ich korrigiere So Hab ich da schon fertig Achso, stimmt. Ah, Quatsch, ich komm gar nicht zu trinken vor lauter Lachen. Ich hab keine Cola mehr. Ich hab keine Cola mehr. Ich hab keine Cola mehr. Wollen wir die Okator killen? Was killen? Nee, kriegen wir nicht. Die Autopilote! What? Alle drauf zu, alle drauf zu. Wo denn? Auf die Indikator? Ich bin serious, da ist ne Okator. Ja. Burn? Alle drauf zu, alle drauf zu, alle drauf zu, alle drauf zu. 17 Kilometer. Ja, die kriegen wir. να mal. Nei enemies Kill right on you, made available. You may jump, you nerf. Ok, jetztressed, woodsies,我們可以說到這. Äh… Manyyy… Ich finde, wenn man Na nur auf Schnapp trinkt… Ah, ich muss jetzt gleich auch nach Nadibur trinken. Das Problem ist echt, ich kann echt nicht mehr mehr machen als dieses Ganken. Wenn wir jetzt eine reguläre Sorte hätten. Ich wäre so raus. Ich wäre so überfordert, hätte gar nichts mehr. Also ich muss morgen eine Stunde Video rendern. Makina? Wo? Ich hab ne Miasmus. Achso, ich soll vielleicht mal Scan drücken, oder? Das ist immer noch der gleiche Makina-Typ wie vorhin. Den mach mal jetzt kaputt. Den finden wir jetzt. Ich hab drei Karte List. Du, ich glaube, du hast dich verflogen, weil an so'n Dings kann man nicht minern. Du Arsch. Du weißt genau, dass ich das mit Absicht mache, um zu scannen. Du weißt jetzt genau, dass ich dich mit Absicht blöd mache, um mich zu scannen. Ich hasse dich. Wie wär's, wenn wir das Karte List killen? Als Maul. Ich hab drei Stück auf dem D-Scan. Als Maul. Sondern das ist die eine, die ist irgendwie auch nicht neben mir. Ich bin hier Beatrix von Storch und der Jörg Halder. Jörg Halder. Die HMS Jörg Halder. Außerdem, du hast es falsch, es ist nicht Beatrix von Storch, sondern Beatrix vom Storch. Nein, von. Nee, vom. Die ist vom Storch gebracht worden, aber der Depp hat die fallen lassen. Ja, aber mehrmals auf dem Kopf. Mehrmals. Habt ihr mal ihr Gesicht angeguckt? Das ist wie so, kennt ihr noch diese frühen Merkel-Gesichter? Das ist das Ganze einfach noch viel schlimmer. Und du denkst dir so, what the fuck? What's happening? Ich weiß nicht mal, wovon du redest. Merkel, noch mal mehr als nicht. Wer ist Merkel? Ja, kennst du nicht die, also, die, äh, wovon du zu lange ist, komm, flieg weiter. Der war hier. Der war hier, der ist aber nicht, der ist gekloakt. Mann, der passt echt auf. Ja. Mann. Wir weggehen. Lol, oh, es hat sich einer mit einer Aachen wegknallen lassen. Ich liebe unsere Korb. Ich liebe mich. Ich, nein, im Allianz-Chat, ich tue immer HDZ-Forever, HDZ-Herz. Das Herz war, äh, das erste Herz, das sieht eher so, als wäre es ein bisschen leicht verkrüppelt, ne? Ja, eben, das ist ein volles Herz. Da sind schon ein paar Katheter dran. War ein paar Waffenherz, ne? Kick-Suit. Kick-Suit. Ich glaube, es gibt, es gibt sogar eine Gruppe, die heißt Intest Kick-Suit. Jump-Suit. Jump-Suit. Oh, jetzt kommen wir hier nach Ancron. Achso, schon. Jump-Suit. 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 Zum Glück geht nämlich den ganzen Scheiß auf. What the fuck? Was ist das für ein Fit? Der hat einen Heavy Energy Neutralizer? Ja. Was habt ihr da mit so? Ja, das ist ja auch gut. Du, ich... Ich versteh's nicht. Das ist auch ein Tackle zu neuten. Ah, da kommen welche Neuts, da kommen Neuts. Kido-Sune. Scheiße! Nein, 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 nein. Neuts am Gate, auf Autos geht, Camp auf! Am Reich! Ich hab die Wabbel! Ich hab Wabbel ab, ich hab Wabbel ab. Ey, 07, genau! So, jetzt ist mein Cola leer, jetzt muss ich ein paar Kalipur trinken. Wollen wir ne Procura killen? Neee! Neee! Einfach wohl nicht verkönnen! Ieeee! Ieeee! Jeder Deutsche hat zwei davon. Boah, Springer Stiefel! Ah, Springer Stiefel! Okay, neue Destination, komm gleich! Oh! 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 Sisto of Eve! Komm rüber zu Sisto of Eve! Ah nein, da sind genug Anregel hinter. Da ist sie! Chee? Du willst nach Cheega? Ja. Insgeheime. Oh! Zeh, elf Chums, bist du bescheuert? Ja, wir müssen ja wahrscheinlich nicht so weit kommen. Es geht nur darum, möglichst viele Systeme auf dem Weg zu haben, die wir aufmachen. Jetzt versucht er wieder intelligent zu wirken. Merkt er das? Maul! Kann ich kurz mal aufstehen, bevor wir weitermachen? Was? Hä? Warum? Ich muss kurz aufstehen, ich muss Cola holen. Das kann ich nicht bloß trinken. Ah, okay. An einer Tanke oder im Kühlschrank? Äh, Vorratskeller. Ja, jetzt, jetzt rennen! Wir warten jetzt. Aber erst, drück noch erst auf Jump. Ja, ich jump und dann springt ihr und dann bin ich wieder da. Dann. Ich, ich hab grad dieses Bild im Kopf. Du hörst grad im TS nur so, er springt auf und du hörst einfach so Brumm und dann rammelt einfach voll hin irgendwo gegen, gegen, gegen Laptop oder sowas. Ich fand's witzig. Boah, ich hab den Panther gekillt. L.O.L. Was? Hallo, Paul Stark, ey. Ach, der hat er noch gekriegt? Oh, ne. Cool. Aber das ist total das Cheap-Fit, ey. Holy Shit, das ist scheiße. Dann sind die da drauf gejumpt? Irgendwie? Oder was? Zwei Horrorcoaster sind rüppig sprungen, ja. Ja, kick zu hart. So. Ich war doch vom Tag schon derselbe Scheiß. Ich dachte an jemandem überhaupt nicht. Eichhund ist verreckt an die Chimita, die hier gesprungen ist und hat überlebt. Ich bin da da, ich bin doch da. Ja, dann sag das doch. Ja, hab ich doch gesagt, ich bin da. Meine Fresse, krieg ich die Fresse nicht auf. Nein, ich hab Cola, ich bin glücklich. Und warum heute ist immer noch ne Spaß? Weißt du, wir haben so nen schlechten FC, ne? Ja, eben, der kann gar nix. Ich hab's nicht gedacht, was ich jetzt gehört hab, weil ich schon mal Schump, 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 schump. Wisst du, wie viele Geld sie, wie viele Kills sie schon gekriegt haben? Ja, wie viele Geld. Vier. Skiff, skiff, skiff. Na, skiff, klar. Ich glaub, wir die killen können. Den glaub ich nicht, du. Warum denn? Ne, die hat total gedankt. Ja, wenn sie gefittet ist. Ja, aber wenn... Pass auf, wenn jemand so intelligent ist, dem Hizack ne Skiff zu... Drei Skiffs, bitte. Drei Skiffs. Dann kannst du ja davon ausgehen. Oh, das wird schon nie überfordert. Alla, zum Wohl, Jungs. Zum Wohl! Weil ich krieg auch ein... Die haben die komplette Hotropflits zerlegt. Wer? Äh, in C-F. Woher war ist das? Ja, das haben sie grad grad... Guck mal, äh, Corshat. Mit S-C-H, oder was? Schorgel. Also, die Beine? Äh, ne Haut? Auch noch mehr Bomber zerlegt. Ja, ja. Drei Bomber haben sie verhält. 800 Millionen. Ja, das ist ne... Das ist ne Pente. Ja, das ist total billige Fick. Ne? So'n Blobs kann auch locker 3 Milliarden kosten. Mein Blobs kostet so viel. Oh, du hast so dicke Eier. Die kosten 3 Milliarden. Neiße Pente. Sollte man aber nicht auf Carrier denn springen, ne? Jaaaam. Wieso springen wir jetzt ne Apanake? Ja, weil das hier so'n... So'n Ding-System. Das ist schon richtig. Da ist ne Noctis. Die springt gleich durchs Gate. Ja, guck mir... Ich fang mir ab. Die fang mal ab. Die fang ab. Hulk! Hulk wo? Hulk, 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 Hulk. An ne Tankwormgate. Klasse, die kriegen wir getankt, äh, gegankt. Getankt kriegen wir die locker. Echt? Aber du... Ich dachte jetzt kommt hier ein Warp oder sowas. Na eben, wenn wir ne... Wenn wir ne Hulk kamen. Kommt ja schon. Ich hasse euch. Ne Tango, ne Veneta, ne Warrior, ne Warden. Was? Ne Warden? Hä? Ich hab alles im Filter deswegen. Ah, ich verstehe. Boah, hier ist echt jeder Scheiß drin, ne? Boah, komm, wir tanken, wir tanken, ne, ne, wir ganken ne Paladin. Mit Du will retten. Haben wir sie, haben wir sie? Ne. Aber da war ein Gang vorher. Komm, ne, ne, Blood Raider. Hä? Aber die sind ja leider das Wort. Seeker Wack. Der heißt Marble Pie. Übrigens ist das hier das Haupt-Ganking-System Nummer 1. Und wir sollten nicht unbedingt mit diesen Schiffen durchs Low-Sack fliegen. Das ist kein Low-Sack, das ist nur Under-Sack. Ja, aber auf meiner jetzigen Ruhe ist Low-Sack wieder vollkommen. Ich fliege garantiert nicht durchs Low-Sack mit, äh, einer Loop-Korb am Start. Da muss ich jetzt Pre-First-Sacken. Da kommt jetzt gleich die Hulk. Oh, unten in Ordnung. Ja, da ist es, da ist es. Welche, was gegen das erste? Hulk? Hulk ist wichtig. Hulk. Ich hab' noch Shots gefunden. Börn, 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 Börn. one-Börn, Börn, 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 Börön! Oberheaton vergessen? Björn, die kriegen mal, die kriegen immer. Oberheaton nicht vergessen? �, die heatet schon, opinion過. Feuern in fünf, vier, drei, zwei, eins, feuer! Oh, die tankt, die tankt. Die ist weg. dann dann wir auch weg ja wir werden jetzt passiert die ist tot nein die ist in die orca rein ist in die orca rein ich geh' grad die orca die stirbt die stirbt schießt auf die orca nein ich bin tot scheiße der ist in die orca rein die halk ist in die orca reingegangen deswegen ist es so schnell weggekommen ja wir sind in der fleet hangar wohin müssen wir jetzt sind wir aber krass wir nach nach den frashtalken lokal! frashtalken lokal! weeeh komm Dixi! das ist ja jetzt deprimierend FC du bist scheiße zurück nach Dodi komm das merken wir uns jetzt haha voll verkackt das rohr grad so hä holen wir uns etwas fettes zum ganken um die orca zu packen den nehmen wir die orca die orca hat mich grad aufgeschalten hilfe ich hab gar nicht getötet gekriegt warum bin ich tot was sollt los was ist denn das teuerste was was ist das teuerste zum ganken deine mutter nein meine mutter die denkt nicht ein mutter wird so warm muss sein können wir nicht mit halbs denken? ja ich wollte grad sagen wir nehmen jetzt irgendwas fettes wir nehmen jetzt alle ne waven oder so köst mich gut! nein wir werden direkt nach Dodi und machen das normal holy shit ey! ich fliege aber jetzt in die andere richtung wir fliegen nicht Richtung Amar am Mars scheiße ja ich sag dir mal wo mir zu fliehen das ist total gut hier weil wir total viele miner sind ja das problem ist dass du also wir ne ich habe keine lust immer so weit zu fliegen so aber ich bin jetzt hier die aufnahmen weil ich keinen bock mehr habe das ding morgen zu rendern deswegen feierabend und bachiii ohhhh